wir sind außen und haben lange Penisse ich muss hier alle du mit dem diejenigen das besser kann man ruhig lang gehen oder ich weiß nicht auch wenn ich da auch noch wieder her mit der und nicht die anderen er hat das erneut aber der schiedet hier das ist ein bisschen zurück der Verbot aus ah ja ich bin da die Karriere Der Wood Wood ist zum Beispiel ein kleiner Ficken, der abgefuckte Erschiedel und der hat einen extrem kleinen Penis. Das haben wir gerade nachgemessen. Ach doch nicht, Rieser hat drei Türme gebaut. Nein, die haben es gebaut. Man, ich will ja auch ein bisschen aufsteigen. Und da hinten gibt die Action. Ich habe die falschen Angriffe drin. Super. Nein, ich bin Schneemann. Nein, ich sterbe gleich. Nein, ich habe nichts gemacht. Ja, ich bin aufgeschrieben. Aufschick des Bösen. Die Spiele haben mich getötet. Das gibt Rache. Alter, was? Was? Ich bin gesporen und tot. Nein, das läuft mir nicht mit, der Mixer. Das steht dann in seinen News an. In den News. Habe Willi getötet. Stopp, du, mit einer Durchtüte. Ich bin gesporen. Der Weg tut mir einen Wunder. Oho, 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 oho. Du rennst ihnen alle hin, bleibt hier, ihr kleinen Miesen. Sag mal, wie kann man den Mixer bitte töten? Alter. Nein. Du warst zu schön. Du warst überbeid da rumliegen. Die OP geht's. Voll am Abschillen. Ich bin geplättet. Überwältigt. stück zu halten und die man gibt es nicht nein da wird es mich für die helfer ja ich bin tot alter diese scheiß war ja wir sind immer noch über zu schwach und ihr habt uns an trugen weg genommen ja kommt was er weg da kommt noch warte wir zaubern hier zusammen ich bin so schnell tot nein alter die kommt immer zusammen dieser fleut dieser spaß sie damit seinem komischen hässlichen alter das ist krass das ist richtig krass der rutsche noch aller schwanzer mein alter jawohl jawohl ja klar jawohl jawohl nein alter ich bin nicht gestorben ich möchte geheilt werden glaub ich doch den ultimativen Kriegerfisch schwarf start Dingens jaa ich hab ihn getötet ich hab keine Ahnung wen weil ich einfach nur sinnlos drauf einschlage ja wieder eine weggeflogen wo lass mich ihn töten jaa festgelöst noch kurz an angriff hier komm doch komm hier rein komm wir machen das zusammen warte wirst du nicht warte warte mach ich mich tot mein der mit der milch tüte wusste er ist aber ich bin dort dort das wunder gestartet warum das ist nein 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 ich hab keine ahnung ich hatte ich doch sind muss irgendwo hin ich bin nicht überfordert bin aufgestiegen wir brauchen wir brauchen wieder auf ja unser tof erst wegen stinker alter wir machen hier nur diese blitzangriffe äh alles cheater hier noch kräfte mit an ja jetzt verpissen wieder ne hey was mit dem ich kann mich attackieren haa 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 der ist vorbei der ist außen lang Dingsnusslo alter ich sehe vor lauter bunten sachen nicht mehr durch hier eine schleuten auf dem müssen wir angreifen das ist ein wixer ich seh nicht durch das ist einfach nur sinnlos durchzugehen und hoffe dass ich irgendwann treffe ich habe die zuschauer sind genauso verwirrt wie ich das ist ein sechsmal sichtige spiel nein 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 die sich schreien alter und schmeißen noch ins wasser der kunde hä was waren jetzt hä no loading ich bin raus geflogen doch warum bist du raus geflogen auch ich weiß es nicht tu mal bei meinem profil nach ja jetzt ja klar alter wir haben die super attacke der typ kommt einfach mit euch zu einer spulen attacke angewandt und tot wenn ich jetzt rechtsklick mache kann ich nur simprofil anzeigen lassen wir beitreten gibt es doch ne geht nicht bei mir grau oh na dann laden wir ein dann müssen wir das war natürlich super ah ich muss kurz wegrennen verpiss dich von mir ja einladung hier beitreten ach vielleicht bei der xbox hatte man da nicht so viele probleme ne auf jeden fall das war jetzt krass ja ich bin einfach nur raus geflogen total sinnlos wahrscheinlich ist dein internet leider zu toll ja und dann sagen die sich dann so viele leute wie der töte das geht einfach nicht klar mit einem kleinen penis wahrscheinlich bestimmt wird es ausgerastet hype los gehts spiel starten alles gleich gib mir kurz wasser holen neeein geht los willi ja willi ist weg der ist ja auch hässlich und stinkt doch scheiße der ist ja auch hunde und katzen und kleine hamster der frisst auch kleine kinder ich bin mit seinem kater pimmelfechten nicht mit ach so kann ich mein wasser mal gleich hier an ort und stelle an b kühles kleines nass mein Katz vom Aufnahmeraum wie lange nimmt jetzt schon auf ich nehme Prozent ich kann es nicht sehen noch keine Ahnung über nämlich auf ich habe keine Ahnung wie lange Biddy ist der beste den ich je gesehen habe, Biddy ist ein super toller Typ Ah, hast du die ganze Zeit über mich abgelästert, ich freue mich schon wenn ich das Video sehe, oh Arschloch ich habe doch schon, wo ich es jetzt so abgelegt hatte, dass er eingefangen hat ich habe nur freundliche Sachen gesagt, du hast mir die Regenbogenmark und der pupst keine, der pupst Schmetterlinge und Ach so so siehst du schon aus und du machst deinen Kater ganz doll Kacka? ganz dolle Kacka mach ich du machst deinen Kater ganz doll du Arschloch ach wie sie bist so flauschig am Po sie beißt mich das ist eine Russe im Gegnerteam du kannst auf 4 einmal draufklicken oh eine Russe eine Russe oh eine Russe ein haariger Rücken oh geil oh haariger Rücken davon träumt du immer nachts ja davon träumt du nackt immer an der Badeweine oh ein haariger Rücken das wärs jetzt schön flauschig und wenn du die Katze mal drunter legen die Katze lass die Pullover los verheddern sich deine Schamhaare mit den Rückenhaaren da musst du so zum Arzt gehen das Spiel die Spiele sind wohl abgebrochen von wenn du mit anderen Spielen verloren hast bla Bidi hat mich meinen das ist scheiße ich bin auch im Gardebildschirm das ist schon Bidi ich gerade auch und ich bin schon wieder raus ich bin schon wieder raus ich nicht ja wir können so ein Glücksraut spielen äh zurück Glücksraut was war denn das? Glücksrad und ich wette dass ich etwas ganz ganz tolles bekomme was ich nicht benutzen kann oh 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 der war ziemlich leise ganz toll oh ja mehr davon gibts mir wenig ganz mehr warte ich älger diese scheiß Ladewitsch ich mach das jetzt so kurz aus das Spiel nervt ja so aber zack bei mir können sie dir das wunderschöne Happy Spinner Rad sehen was kriegen wir schönes Spinner Rad ein Katzenhut ja ich hab einen Katzenhut boah einen Atzenhut der folge Atzen ist neu eingebrochen oder so dieser dieser Schirm vorne nach oben geklappt und so Atze draufstehen Atze Mütze ich habe einen langen Pehnhut bekommen Pehnhut? äh das neue Pehnhut 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 Was krieg ich jetzt? nur Scheiße die ich nicht benutze weil ich kein ich werde nur den Krieger spielen weil ich bin halt ultimativ Pehnhut 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 ich werde die gleichen Bisschen weil ich das so und so wollte doch das so ja verstehst du Pehnhut 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 er hat hat er mein scheiß Stuhl der Knarr zu schütteln und klar gar mehr die Tiefkett Tiefkett die Tiefkett und wird gut die Zert Prozent Prozent er geht schon los wir warten Ich weiß nicht, was ich noch nicht machen kann. Ich weiß nicht, was ich noch nicht machen kann. Danke, danke, danke. Hey Mieze, los, Mieze, mach es. Okay, los, mach es, komm. Oh, Mieze, wuuu. Und jetzt den Stringtanger. But first? Let me take a selfie. Alles klar. Mit der Mieze, in Stringtanger. Und darum muss ich jetzt mal nachdenken, Mieze. Und darum muss ich jetzt mal nachdenken, Mieze. Und ich denke... Guck mal, unser Team ist... Imagine DJ Dick. Dann kommen wir nicht hier. Oh, Mieze, was hast du denn da? Wo? Du wildes Ding, du. Guck mal, der im Gegenteam auf Position 17. Der hat so'n Schweineis-Dings gemacht. 17. Achso, ja. Ja, ja, I see, I see. Ah, see, ja. Oh, nein! Oh, nein! Ich bin auf keinen Fall vorbereitet! Kein Paschi-Tuch! Hat doch für euch so'n Tempo! Achso, du willst die Mieze, Alter, aufhären. Ja, Mann! Wie geht da leer aus? Komm her, Mieze, komm her! Komm her, Mieze, komm her! Die sind zum Wohle verlassen! Was? Ja, ich weiß nicht warum! Echt mal, du bist weg? Du bist ein Knastier! Du bist ein Knastier! Du bist ein Knastier! Ich bin auch grad im Knast. Warte, ich kann nicht rausgehen! Ich drück B! Ich kann nicht rausgehen! Hallo! Warum geht das nicht? Und da ist ein Knastierler! Kommt der, wer geht! Ähm... Startvorbereitung, nein, ich willst... Ach, du musst mal gekickt, weil du der Schieder willst, weißt du? Punkbuster hat sich da aktiviert und hat dich rausgehauen. Nein, die sehen, dass ich hier der Ulti und die Skiller bin, da sagen die sich... Nee, nee, den kann man nicht mitspielen lassen, weil der ist halt ein... Nee, 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 nee! Drhhhhhh... Oh, Montier, jetzt komm mal her! Drrrrrr! Heh! direkt auf den Kopf und bei dieser Krono was Warte hat man kann dann probieren nicht einzuladen also bei dir kann ich Spielbeitreten machen halt mach einfach ich mach das wieder schließen und da kommt der Bini danke 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 Kaukaukau auch hier so zu sehen sie die Prozesse der Geschichte mehr gegessen das ist auch ein neues Zeug mittlerweile keine Ahnung, ich hab das zuletzt vor, keine Ahnung wir haben jetzt gemacht wo waren eigentlich dieses vielleicht sollten wir so eine herausforderung starten kann man die zusammen machen oh ja wir machen das sonderspiel zusammen aber da kann man was freischalten das kann man zusammen machen nein das ist richtig lustig wir machen das das war so geil ich bin ich bin ich und ich sagen zu dir ich bin ich nicht mit dir er ist erig lange und baby down 2 Dann kam der Adi und sagte Warum suchen wir jetzt eigentlich die Leute, wenn wir gegen KI-Bots spielen? Warum brauchen wir eigentlich noch einen Spieler? Achso, 16. Wir haben immer viele gefunden und jetzt braucht es ewig jeder einen noch finden. Völlig hohl. Ja, so ist das. Bitte? Dass wir so ein bisschen lauten. In die Luft fliegen? Hä? Fehlt doch... Ach hier! Ich hab 5 Euro verloren! Die Bär-Jung ist nächsten Freitag! Ey, guck mal, wir sind hier! Von hin und zu anderen 50 Spielern hergestellt! Guck mal, sogar siehst du eine Scheibe! Das ist so traurig! Das ist so traurig für dich! Ah ja! Ja! Wetten, Norman fliegt wieder raus? Den Profil ist wieder satt! Ja, weil ich flieg eigentlich immer noch raus, weil ich ja so sexy bin! Ehe! watch out! Aja! Appare Ja, jetzt wirklich gleich... Oh, es geht los! Wir haben die Ladezeit gut überstanden. Ja, ja, ja. Das katze ich mir grad an Stellen, die ihr nicht seht. Besser so. Zwei, eins! Hä, das ist durch die Dings gewesen, Alter. Peter. Hey, mach das Tor wieder auf! Ihr Wichser! Ich bin mal einzeln, der durchs Tor gekommen ist. Ihr kleinen Wichser! Hauptsache, die Schrift ist noch größer. Ich komm mir auch nicht lang, oder? Ich komm hier lang? Ich hab keinen Plan. Ich komm mir nicht lang. Oh, hey, guck mal, mach den Feuerschwert! Danke! 5 XP! Dann machen wir dann die Brücke kaputt. Müssen wir überhaupt hinten? Ich weiß selber nicht. Ich geh einfach mal irgendwo... Da drüben. Da hinten sind ein paar Rote. Oh, die kommen wir her! Oh, oh! Oh, der hat mir vor die Kelle gegeben! Einen Schlag tot! Alter! Und der ist jetzt der Riesenkönig! Der Riesenkönig? Haben wir uns mal durchgelesen, wie der Spielmodus eigentlich funktioniert? Ich hab gar keine Ahnung. Bringe deinen König in die feindliche Burg! Ach so, da muss einer zum König... Wie, musste der zum König werden? Ne, ne! Verkiss mich doch hier! Ja, Noah, bist du der König? Noah ist der König! Nein, bin ich nicht! Ich bin nicht der Bananenkönig! Noah, du bist doch nicht der Bananenkönig! Wir müssen die feindliche Burg trinken! Wir müssen die Bananenkönig, die feindliche Burg trinken! Wir sitzen die Schalampe! Ey, da wird doch nicht getötet, Alter! Ey, da hält sich immer wieder der Prisser! Komm, du auch jetzt! Töten dich! Ich verfolge nur die Königin! Lauf, lauf, lauf! Hey, das ist der Wichser! Hey, das ist der Wichser! Juste, fette Schlampe, lauf! Ach, nö, irgendwie ein Blitz! Das macht die doch! Nein, nicht der Marga, boh, ich komme nicht mehr dran! Aber, das war so intelligent! Ja, du spieg da wieder runter! Laust Königin, lauf, 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 lauf! Der König ist ganz schön langsam. Nein, ich bin kaputt stark, du kleiner Wichser. Oh Mann ey. Ich hab einen 0-2. 0-0. Ich besiege 9-11, bevor es passiert. Ja. Oh nein, ich brenne. Ah, ich hab gefangen. Ich hab den Bananenkönig. Banane, Banane, Banane. Boah, noch was, die Leute mit dir. Was sind die Leute mit dir? Das ist ein Schein. Nein, ich will verboten nicht verboten sein. Schau doch, wir machen halt den Ton kaputt. Nein, fuck, 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 fuck. Ah, ich bin tot. Ey, ich war taubernd mich hier, die Wichser. Hui. Geht's mir lang dahinten, den Ton mach mal kaputt. Hat er wie ein Hüsterchen? Ich brech die. Spachige, Huch. Spachige, Huch. So, noch, ich hatte einen neuen Sohn. Jawoll. Tolle, in so einer Menge. Der neue König war auch auf der Gegner. Nein, das war auf der Gegner schon der König. Hast du das dann mit eingeschritten? Ich bin doch dabei, aber irgendwie. Warte, komm mit dazu auch, ich helfe dir. Nein, du, ist wieder hoch da. Alter, du hast schon Leute besiegt, was machst du da? Ich verbrühe mich ja durch die Gegend. Boah, da habe ich denen voll die Kelle gegeben. Ach man! Ich bin schon wieder ausgezogen. Ja, dann haben sie mir geklautet. Ich gehe hier ständig raus. Was ist das für eine Bullshit-Scheiße? Tja, da hat man jemand eine schlechte Internetverbindung. Ich gebe dir eine Internetverbindung. Warum fliege ich immer raus? Willeased online. Hilfe! Nochmal! Hilfe! Die wollen alle auf mir Hilfe! Scheiße! Abiss euch von mir, ihr Tinnis! Ihr Tinnis? Wieso kann ich deinem Spiel nicht beitreten? Weiß ich nicht. Weil du nicht treten hast. Ah, ich bin runtergefallen. Ich habe mich selbst getötet, scheiße. Oh, ein 1-2-3. Ich kann jemanden zum Spiel einladen. Warum? Jetzt los hier. Na, was machst du wieder für'n Scheiß? Nachrichten zum Handeln einladen. Spiel starten. Gesundheit. Achso, ich muss ja erstmal... Ja, da habe ich jetzt vergessen. Tut mir leid. So, ich schlau mal Willi ein. Ich verstehe nicht, warum ich hier jetzt auf einmal rausfliege. Warum? Weil du ein Scheiß-Internet hast. Boah, weggebeamt. Das ging ja voll Scheiß. Scheiß-WLAN. Tja. Hast du erst WLAN? Ja, na, weil doch mein Router irgendwo 10.000 Kilometer von mir entfernt ist. Dann kauf dir so'n DLAN-Ding. Was? DLAN. Wenn dein Router unten ist. Wo ist der? Wo ist der? Ja. Dann machst du in die Steckdose da so'ne DLAN-Box rein. Das hatte ich dir schon mal. Das, was ich dir schon mal geschickt hatte. Ja, hab ich mal probiert. Das Problem ist halt nur, mein Upload braucht dann 1546 Minuten. Aber mein Download halt nur ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, warum das. Das liegt glaub ich daran, wenn du die Stromkabel und du durst nicht zwei Steckern in der Dose haben und so'n Scheiß, weil so Sachen... Näh. Ich hab' mir so'n 50 Meter Internetkabel bestellen und dann möchte ich das einfach quer durchs Haus oder an der Hauswand entlanglegen. Jetzt such du, Vogel. Ach, du bist ja schon da. Ich erzähl' hier. Wollte ich das an meinem Controller, dass er sagt, nö. Du spielst so mit Controller, oder? Ja. Katze, was machst du denn eigentlich mal im Bett? Was ist denn das da? Ein Kacken. Ach ja, ich seh' schon. Alles Braun. Alles zieht sich daran rum. Jetzt frisst es wieder Haufenkacken nochmal. Nicht, nein. Katze. Katze. Katze, Katze. 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 Katze ... Was ist denn dasо die Rapperil sparken? Wie kommen noch Emotoren? Wir haben doch gar keine Ahnung von Namen. AA2121. L-l. Wahrscheinlich einfach nur Crow來了. Tentomushi. Ah ja. Wenn ich jetzt schon herab' vielleicht sohehe... Frau schaue das auch aus. Es tut mir nicht schlecht! noch zwei spieler mr grey grey ist da so viele schöne kabel die zerstört schon wir sein leben und der müller ist da der müller hält alles müllermilch tento muschi tenton tento habe eine fritz box bei mediamarkt auf weil die da diese 90 prozent aktion hatten die telekom bruder scheiße sind telekom ist generell scheiße wenn ihr bei der telekom seit kündig da kann ich sofort ich habe vertreten wir sind alle scheiße so du bist ja jetzt bei kabel deutschland ich bin schon vorne da bauen sie schon tun nein ich habe mich tut auf dem kopf ja ich glaube ich will die tüte ich will die tüte ich will die tüte ich will die tüte macht hier so super special wo die bonnokin alter ich kann sogar mitbauen alter alter auch bauen aber wir schießen das einmal ab alter was ist das leider was ist das los wir haben einfach die lava getötet äh geworfen aber ich habe das liegt zwei leute Nein, ich will den nicht angucken hier. Schaden. Oh, willst du den nicht angucken? Nein. Was? Ich bin gestorben? Was? Ich will den nicht zurückbekommen. Maaaan, ein kleiner Fixer. Und nein, wer muss schon wieder einen Turm weggenommen? Ja. Fuck, ist hier nix? Was? Alter. Denn diesen Eidechsen-Waffen-Dingens? Eidechsen? Dort ist der König. Ich bin der König. Der jenische König. Die wollen uns hinten flankieren. Wir wussten ja, unser König. Na, wir haben keine, es gibt immer nur einen. Doch, da ist jemand der König. Navi-Jun, ich weiß nicht, wo Navi-Jun ist. Navi-Jun? Navi-Jun. Sushi, wir helfen euch. Ja, ist klar, Alter, diese kleine Magier fahrts mit der Bildtüte auf den Kopf, ey. Mit der Müfttüte 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 auf den Kopf, ey. Stopp, ihr Schweine. Was ist denn noch von uns? Hoppsala. Was ist denn da los? Ich hole mir die wieder was dick, dann waff die ja. Nein, Hilfe! Oh, okay! Du, 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 du… du bist jetzt ich war gerade der könig an jedoch nicht wie wird man für nicht eigentlich schon verstanden genau die wollen wir haben schnell die mich hier bekommen ja der eine muss die ok das scheiß laufen Mann, bleib stehen!